Wir sind gerade aus Südkorea hier in Cannes gelandet. Jetzt geht es erstmal los. Eine Stunde Indienstadt. Es wurde schnell Herrenmakeup gemacht, weil das war gar nichts. Dann zum Shoot mit BMW. Draußen stehen Fotografen. Voll verrückt. Dann ging es in das Auto. Und dann ging es auch schon los. Schaut euch das an, da ist er Poser am Posen. Oh Gott, ich bin ein Lauch. So, dann habe ich nochmal schnell das Auto erklärt, dem Tobi, dem Fotografen. Und dann ging es fix auch schon wieder zurück zum Zimmer, denn der Red Carpet hat auf mich gewartet. Oder auch nicht. Ich war so müde, ich habe den Kaffeebecher falsch rum hingestellt. Dann waren auch schon die letzten Touches. Das ist mein Outfit. Ein paar Shots. Leider kein Alkohol, aber andere gute Shots. Und dann ging es auch schon zum Red Carpet. Und hier ist nochmal mein Outfit von Schiaparelli und Tiffany Jewelry. Und los ging es zu der Filmpremiere von Indiana Jones.